Mein Hirn fühlt sich an wie ein Aquarium, in dem langweilige Fische im Dreckwasser schwimmen. Ihre Bewegungen werden langsamer, drohen dann ganz zu stagnieren. Es ist leicht, Jürgen Krotte zu verurteilen, ihn für dumm zu halten. Angefangen bei seinem einfallslosen Kleidungsstil, noch lange nicht fertig bei seiner erkenntnislosen Wortwahl. Ich überlege, wie ein Tag in seinem Leben ablaufen könnte und ertrage es kaum, obwohl es nicht mal mein Tag ist. Aufstehen, Frühstücken, an Traktoren schrauben, Feierabendbier, Fernsehen, Schlafen. Ich stelle mir vor, wie seine Stimme laute Flüche durch die Werkstatt ausstößt und etwaigen sensiblen Auszubildenden Angst macht. Ich glaube, dieses Angebrülltwerden in westfälischen Handwerksbetrieben hat schon viele seelensensibler Lehrlinge zerstört. Sie können sich erst dann selbst wieder gut fühlen, wenn sie die nächste Azubigeneration anschreien können. Gebrüll über Generationen, das niemals aufhört, begleitet von den Maschinen, die im Hintergrund laufen. Und nachts windet sich Krotte einsam in seinem Bett, in der Hoffnung, dass irgendwann einfach so, ohne sein Zutun, eben aus dem Grund, weil er ebenso ein guter Typ ist, etwas Außergewöhnliches passieren wird. Ich habe den Drang, ihm zu sagen, dass es niemals dazu kommen wird. Scheiße, ich muss pissen jetzt aber wirklich. Vermutlich erzählt Krotte noch ein paar seiner Schrauberanekdoten ins Leere, obwohl ich schon längst nicht mehr vor ihm stehe. Eine seltsame Wut überkommt mich, eine ziellose Wut gegen mich selbst, die ich nur hier empfinden kann. Nicht so eine Berserkerwurz, sondern eher so eine trübe Erkenntnis, dass die Banalitäten meines Lebens in diesem besoffenen Zustand irgendwie aufgewertet werden. Ich kann mich abheben von Leuten, die intelligent und kunstfeindlich sind. Schrauber wie Krotte, mit denen ich nichts gemeinsam habe. Wenn ich versuche, sein Lebensgefühl nachzuempfinden, scheitere ich. Dieses Fest, das sich anfühlt wie Ferien auf der Schweinefarm. Andererseits kann ich mich auch nicht beschweren. Die Leute hier reden zumindest mit mir. Das ist mehr, als ich aus dem Berliner Nachtleben kenne. Ich bin nicht der Typ, der andere in interessante Gespräche verwickeln kann. Dabei mag ich interessante Gespräche. Ich sollte einfach nichts erwarten, dafür alles annehmen, was mich noch erreicht. Woher kommt dann mein Anspruch, interessant zu sein? Fragen Sie mich an, tatsächlich in der流 shredde. Geheimatisch hats uns an, simplemente zu Hause. Geheimatisch acne eine department. Ich mache auf die daneben. Ich spiede deine Seiten, die hohen,